Doch dann geschieht etwas, was alle innenpolitischen Debatten in den Hintergrund treten lässt. 11. September 2001. Die Anschläge auf das New Yorker World Trade Center. Die westliche Welt ist geschockt. Ein Gefühl absoluter Schutzlosigkeit, auch in Deutschland. Ja, es ist für mich unfassbar. Mein Mann hatte gestern 60. Geburtstag. Das war eigentlich ein freudiges Ereignis. Aber wir haben, selbst die Kinder, die Enkelkinder haben daneben gesessen und wir haben die Bilder gesehen. Das war wie Krieg und ich kann es eigentlich nicht beschreiben, was wir alle empfunden haben. 12. September, der Tag danach. Schweigeminute im Deutschen Bundestag. Und eine Regierungserklärung. Die gestrigen Anschläge in New York und in Washington sind nicht nur ein Angriff auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie sind eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt. Großeinsatz der Hamburger Polizei in der Nacht nach einem Hinweis des amerikanischen FBI. Bereits unmittelbar nach den Anschlägen ist klar, eine Spur führt nach Deutschland. Zwei der Todespiloten sollen hier gelebt haben. In Hamburg. Ich saß abends nach der Arbeit ziemlich spät, sitze ich meistens auf dem Boden, auf dem Sofa, habe eine Flasche Bier und eine Zeitung oder ein Buch oder eine Diplomarbeit oder sowas und glotze dabei ins Fernsehen. Und plötzlich kommt das Bild von Mohamed Atta, groß auf der Mattscheibe. Mohamed Atta, Kopf der Hamburger Terrorzelle. An der Technischen Universität Hamburg-Harburg hatte er Stadtplanung studiert. In diesem Haus hatte er gelebt und an seiner Diplomarbeit geschrieben. Sein Betreuer, Professor Dittmar Machule. Ich kenne ihn als Mohamed El Amir und unterscheide eben auch ganz klar, von wem ich spreche. Wenn ich von Mohamed El Amir spreche, spreche ich von dem Studenten, den ich gekannt habe. Und dessen Entwicklung nach dem 11. September, oder bis zum 11. September, nachdem er bei mir das Diplom gemacht hatte, 1999 am 26. August, ich habe das noch alles sehr vor Augen, Also dessen Entwicklung ab da ich nicht mehr gekannt habe. Und das Bild von Mohamed Atta, was im Fernsehen war, und es ist ja immer nur ein Bild, was man sah, das zeigte mir einen völlig anderen Menschen. Mohamed Atta war ein Schläfer. Bis zu seiner Aktivierung war er unauffällig. Selbst die Nachbarn ahnten nichts. Wie viele Schläfer es in Deutschland gibt, weiß niemand. Spurensuche. Amerika, Venice, Florida. Die Flugschule. Hier haben die zwei Hamburger ihren Pilotenschein gemacht und die Fähigkeiten gelernt, mit der sie jetzt Tausende in den Tod gerissen haben sollen. Wie konnte ein junger Mensch, und ich kann es am Beispiel von Mohamed Atta eben beobachten oder habe es erlebt, wie kann ein junger Mensch dazu kommen, dass er andere umbringt in der Art, wie es geschehen ist, dass er überhaupt keine, im Kopf keinen Einfluss davon hat, von dem Gedanken an die Opfer. Über 3000 Menschen werden nach dem 11. September tot geborgen. Das Datum wird zur Zäsur. Knapp vier Wochen danach beginnen die USA mit Luftangriffen auf Afghanistan. Der weltweite Krieg gegen den Terror beginnt. Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden finden sie nicht. Im November wird die afghanische Hauptstadt Kabul erobert. Kabul im Freudentaumel. Die Menschen, befreit vom Regime der verhassten Taliban. Den Emotionen freien Lauf lassen, Musik- und Freudentänzer auf den Straßen, all dies war gestern noch strengstens verboten, stand zum Teil unter Todesstrafe. Im Rahmen der Operation Enduring Freedom nimmt auch Deutschland an der sich anschließenden Friedenssicherung in Afghanistan teil. Jetzt sucht die Opposition den Schulterschluss mit der Regierung. Auch die Einheit von Franziska Bernikas ist für den Auslandseinsatz vorgesehen. Sie selbst bleibt zurück, weil sie sich noch in der Ausbildung befindet, zu ihrem Bedauern. Ich wäre gerne mit meiner eigenen Einheit in den ersten Einsatz gegangen. Als das Jahr zu Ende geht, bereiten sich etwa 1000 deutsche Soldaten auf ihren Einsatz am Hindukusch vor. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg sollen deutsche Bodentruppen zu einem bewaffneten Auslandseinsatz aufbrechen. Unsere Freiheit, sie wird nun auch am Hindukusch verteidigt, heißt es seitdem. Nach dem Ende des Kalten Krieges, nach Mauerfall und deutscher Einheit, war uns die Welt einen Augenblick lang sicherer vorgekommen. Der 11. September hat diese Sicherheit erschüttert. Die